Moin, was geht? Exo hier. Heute wollte ich mal gerne mit euch über den Anti-Cheat in Warzone sprechen. Vorab müssen wir erstmal abklären, ob Warzone überhaupt einen Anti-Cheat hat und die Antwort ist ja. Funktioniert denn dieser Anti-Cheat? Nein, der funktioniert leider nicht. Ihr müsst euch das Ganze so vorstellen. Diese Hackprogramme funktionieren so, dass sie stetig geupdatet werden. Und somit können sie, wir sagen jetzt einfach mal, Activision hat eine Firewall für diese Cheats und die umgehen sie einfach. Da kommen tägliche Updates, ich hab mir das mal angeschaut, da kommen tägliche Updates, die legt man dann runter, kleine MBs und so weiter. Und diese Anti-Cheat-Software ist so lückenhaft, dass sie einfach umgangen werden kann. Bedeutet, dass Warzone täglich stündlich ihre Anti-Cheat-Software updaten müsste und sie zugleich noch verbessern müsste. Werden denn Spieler weggebannt? Ja, sie werden weggebannt. Es gab immer mal wieder monatliche Bannwellen, wo 50.000, 60.000 Cheater weggebannt wurden. Es reicht aber nicht, die Cheater nehmen derzeit massiv Überhand. Das sagt dir jeder. Mittlerweile, wenn ich sterbe, beschuldige ich schon fast jeden dritten Spieler, dass er cheatet. Man weiß ja nicht, ob die cheaten. Würde ich cheaten, würdest du cheaten. Wir würden das vielleicht ein bisschen raffinierter machen und nicht so hohl wie diese No-Hand-Cheater. Hätte ich einen Wallhack, würde ich das nicht so offensichtlich zeigen. Das heißt, ich könnte nicht permagebannt werden, wenn ich mich schlau anstelle. Ich weiß gar nicht, wie viele schlaue Menschen, die so spielen, wie ich das gerade beschrieben habe, durch Warzone laufen. Und ihr getötet werdet von Leuten, wo ihr gar nicht genau wisst, war das jetzt ein Hacker oder sah das legit aus? Och, der ist einfach nur gut. Hm, okay. Vielleicht war es ja doch ein Hacker. Aber nur der Account wird permagebannt. Das heißt, der fuchsige Hacker, so wie er drauf ist, ich mach mir mal einen neuen Account. Die machen sich dann einen neuen Account, hacken wieder, werden wieder gebannt, machen sich wieder einen neuen Account und werden wieder permagebannt. Eine Endflusschleife. Daraus resultiert auch die hohe neue Spieleanzahl in Warzone. Man sieht es oft auf Social Media, dass Warzone postet, wir haben diesen Monat so viel und so viele neue Accounts bekommen. Damit möchte Warzone zeigen, dass sie weiterhin aktiv am Markt sind und das Spiel, obwohl es schon anderthalb Jahre alt ist, brandaktuell ist. Activision kann dann also ihren Gesellschaft dann sagen, yo, alles Tiki Taco, das Spiel generiert immer wieder neue Spiele, obwohl es schon anderthalb Jahre her ist. Bei diesem ganzen Zyklus, permagebannt, neue Account, permagebannt, neue Account, profitiert also Activision sogar noch von den Hackern. Sie können ihr Spiel, also mit Hackern, gut vermarkten. Letztens war ich bei dem ein oder anderen amerikanischen Streamer und hab da mal ein bisschen zugeschaut. Natürlich, wenn diese Leute abgeknallt werden von einem Hacker, schauen sie dem zu, machen sich drüber lustig, schauen sich das Ganze einfach mal an, wie das jetzt so praktisch aussieht mit der Hackerei, ob schon neue Hacks dazugekommen sind. Und diese Accounts werden dann, komischerweise, permagebannt. Direkt, wenn sie ihm zuschauen. Das sind aber auch Streamer, die konstante Zuschauerzahlen von 50.000 plus sagen. Was ich mich jetzt allerdings frage, oder gibt es einmal zwei Möglichkeiten. Tut Activision das, weil sie der Community zeigen möchte, dass sie aktiv, fix ihre Spiele, Cheaterfreiheiten, oder ist Activision wirklich so scheinheilig und verdreht das alles? Dass wir denken, yo, sie hören auf uns, wir wollen ein Cheaterfreies Spiel, deswegen permabannen sie die jetzt. Ob die dann Community Manager oder sonst wen da drin haben, keine Ahnung in diesen Streams, es passiert auf jeden Fall innerhalb von Minuten, werden diese Leute einfach aus der Runde rausgeschmissen und somit auch permagebannt. Aber es gibt noch ein Anti-Cheat-Programm von Activision, und das sind wir. Wenn wir Leute zuschauen, die hacken, weil wir von denen gekillt wurden, können wir diese Leute reporten. Wenn ich mit dem Controller spiele, muss ich einfach nur den Stick reindrücken und dann öffnet sich ein Meldemenü. Da steht unter anderem anstößiger Name, anstößiges Clan-Tag, Reverse-Boosten, Cheaten und so weiter und so fort. Und nach einer gewissen Anzahl, nehmen wir einfach mal 30 Meldungen, gehen diese Accounts in einem Shadow-Bun über. Und diese Shadow-Buns funktionieren so, wie der Name schon sagt, Shadow-Gebannt. Man weiß nicht, ob man gebannt ist oder nicht. Derjenige Spieler, der dann einen Shadow-Gebannten-Account hat, geht einfach ins Spiel rein, kann sich nur mal einloggen. Wenn er die Lobby sucht, schlägt der Ping von 19 Millisekunden auf einmal, bam, auf 100, 120 hoch. Der findet dann locker eine Stunde keine Lobbys, und wenn er mal eine findet, ist es eine Lobby, die nur halb voll ist. Man kann sagen, eine Cheater-Lobby wie beispielsweise in GTA 5, da gibt es ja auch Spielverderber-Lobbys und nochmal Cheater-Lobbys. Man hat keine Möglichkeit, aus diesem Shadow-Bun rauszukommen, außer man wartet halt ab. Aber durch diese Shadow-Bun-Aktionen werden auch unschuldige Spieler gebannt, und das darf man nicht vergessen. Also meldet die Leute nicht einfach so aus heiterem Himmel. Guckt euch das ein bisschen an, und dann meldet sie selbstverständlich, wenn sie hacken. Letztens wurde ein YouTuber Shadow gebannt, obwohl er gar nichts anhat. Und das ist das manuelle Anti-Cheat-Programm, was wir als Spieler zur Verfügung haben. Natürlich, wie schon erwähnt, hält dieser Shadow-Bun 14 Tage, und dann sind die jeweiligen Cheater wieder am Start, bis sie wieder gebannt werden, oder vielleicht auch mal aus heiterem Himmel eine Bannwelle von Activision kommt. Ihr seht schon selber, man dreht sich permanent im Kreis damit. Jetzt habe ich für euch allerdings noch Möglichkeiten, wie man das Ganze fernab von einem Anti-Cheat-System lösen könnte, und die würde ich euch wohl gerne mal vorstellen. Vor einigen Jahren hatte ich wieder mit Counter-Strike angefangen, und in dem Counter-Strike gab es ein ganz, ja, ich finde schon ein cooles System für ein Free-to-Play-Spiel. CSGO ist nämlich Free-to-Play geworden, und dann haben sie den Prime-Status eingeführt. Dieser Prime-Status funktionierte so, ihr erreicht ein gewisses Level, oder habt eine gewisse Playtime, dann kommt ihr mit sogenannten Stammspielern in eine Lobby-Suche. Nehmen wir in Warzone einfach mal Prestige 1. Habt ihr Prestige 1 erreicht, spielt ihr mit jedem zusammen, der auch Prestige 1 oder höher erreicht hat. Ihr werdet dann mit diesen Leuten in die Lobby-Suche geschmissen, und die Anfänger, die sind dann natürlich voll gestopft mit Cheater-Lobbys. Wäre jetzt auch nicht die Lösung des Problems. Zweite Möglichkeit bei diesem Prime-Status war damals, einen festen Betrag zu zahlen. Einmalig 20 Euro, und man hat ihn von Anfang an diesen Prime-Status. Ist es die Lösung des Problems, könnte, wäre das eine Möglichkeit, Warzone zu retten? Für uns Stammspieler würde sich eigentlich gar nichts ändern, außer dass weniger Hacker da sind. Für Neulinge, die jetzt anfangen wollen mit Warzone, die haben richtig die größte Arschkarte gezogen ihres Lebens in diesem Spiel. Was denkt ihr denn zu diesem Prime-Status? Schreibt es mir echt mal gerne in die Kommentare. Ich finde, es ist keine Lösung, ein Spiel zu retten. Es würde diesen ganzen Cheater-Prozess nur in die Länge ziehen wie ein Kaugummi. Dann habe ich allerdings noch einen Twitter-Post gesehen, und da war eine Umfrage drin, ob die Community denn bereit wäre, ein monatliches Abidement abzuschließen für Warzone. In dieses Abidement natürlich mit inbegriffen ein Anti-Cheat-System. Da sage ich euch ganz ehrlich, nein, ich bezahle doch nicht monatlich Geld für ein Spiel, wo ich sowieso den Battle Pass kaufe, und allen drum und dran auch meinen Skin kaufe, dass ich dann ein vernünftiges Anti-Cheat-System kriege. Also das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen schwachsinnig mit diesem monatlichen Sub. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Schreibt es gerne rein. Warzone muss definitiv was tun. In nächster Zeit kommen ja auch viele Spiele raus. Das neue Halo, momentan ist Splitgate so ein bisschen in den Hype, dann haben wir noch das neue Battlefield, und spätestens dann steht Call of Duty an einem Punkt, wo sie was machen müssen. Man kann jetzt das Ganze selbstverständlich nicht mit Battlefield vergleichen. Warzone ist ein Free-to-Play-Spiel, bei Battlefield muss man Geld bezahlen. Wenn da einer hackt, dann muss ich dann erst eine neue Lizenz kaufen. Das fällt bei Warzone natürlich komplett flach. Auch in Bezug auf Content. Fortnite hatte letztens ein Konzert mit Ariana Grande, hatte ich gesehen. Warzone kriegt gar nichts. Außer irgendwelche Radiostationen sind das jetzt glaube ich irgendwie an LKWs gekoppelt und zwei Perks. Dankeschön Activision für zwei neue Perks innerhalb 1,5 Jahre. Herzlichen Dank dafür. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie Activision dieses Problem lösen wird. Und dieses Problem wird definitiv eintreffen. Wenn Battlefield reinhaut, dann ist bei Warzone Schicht im Schacht. Aber ich sag euch ganz ehrlich, dafür wird es dann vielleicht schon zu spät sein. Wenn die Leute erstmal Gefallen gefunden haben, an einem Spiel, welches gut funktioniert, besser optimiert ist, sie regelmäßig guten Content kriegen, dann musst du erstmal diese Spieler wieder zurückholen. Und das ist viel aufwendiger und schwieriger, als einfach ein vernünftiges Anti-Cheat-System zu integrieren. Mal sehen, was daraus wird. Haut rein, bis zum nächsten Video. Ciao.